Wenn man sich fragt, was bei Modern Warfare schiefgelaufen ist und was man hätte besser machen können, dann werden die meisten Leute sagen, SBM raus, mehr Content, bessere Maps. Und die Antwort von Infinity Ward, COD-Spieler wollen nur das eine, und zwar das hier. Sehr schön. Ich hab mal aufgeputscht, da hab ich ja richtig Bock drauf. Wer denkt sich sowas aus? Wer hat sich das ausgedacht? Alter! Oh Gott, jawoll! Da ist er! Yo! Okay, der war schön. Ich spawne in zwei Gegnern, sehr schön. Da werde ich noch gesandwiched zum Ende der Runde. Sehr schön. Das ist der beste Modus, den ich je gespielt hab. Es gibt nichts so geiles... Jawoll! Es gibt keinen Modus, der so viel Spaß und Sinn macht, wie das hier. Ja, geil. Das ist die Einstellung von Infinity Ward 2020. Komm alle, jawoll! Alle Welt, alle Welt weiß, dass wir keine Spawns hinbekommen. Wir kriegen es in 6x6 mit hin, wir kriegen es in 5x5 mit hin. Wir machen eine 10x10 Map draus. Ja, weil das so super... Also wirklich. Hut ab für diese Kreativität. Kreativität. Ach, komm. Mal ohne Scheiß. Was für Drogen nehmen die dort? Wir haben es doch noch verloren. Was für Drogen nimmt Infinity Ward? Ja, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Call of Duty Modern Warfare Video. Mein Name ist Tarkhoffel und heute, ja, habe ich mich wieder in den normalen Multiplayer, auf normalen Multiplayer-Maps gestürzt und gehe der Frage ein bisschen auf den Grund, was die Spiele eigentlich hätten wollen würden, weil Modern Warfare 2 Remastered genauso wie früher, was ich davon halte und wo eigentlich das wirkliche Problem am Spiel liegt. Ich meine, dazu habe ich schon oft genug Videos gemacht. SBMM ist ein Problem davon, aber das größte Problem ist das Gameplay und vor allem, was die Community daraus macht. Die zwei Runden, die ich euch zeige, sind dafür wirklich beispielhaft. Viel Spaß mit dem Video. Wird mich über einen Daumen nach oben, einen netten Kommentar freuen. Wenn ihr das noch nicht gemacht habt, lasst ein Abo da und jetzt filmen ab. Also mir kann kein Mensch erzählen, dass er das wirklich will, dass er das feiert. Die Leute wollen eher sowas hier wie Vakant. Also jetzt nicht unbedingt Vakant selbst, aber mehr Maps. Auch aus dem Multiplayer. Das wollen die Leute. Aber da kommen sie nicht nach und kein Mensch weiß, wieso. Kein Mensch kann einem wirklich erzählen, warum sie nicht mehr Maps bringen. Vor allem, weil Maps ja fertig sind. Es gibt Scrapyard als komplett vorliegende Map im Bodenkrieg und jetzt auch in Warzone. Und sie haben es geschafft, diese einfach 1 zu 1 im Multiplayer einzufügen. Das finde ich ein bisschen schade. Nein! Dabei wäre es ja eigentlich gar kein Problem. Maps müssten ja genug da sein. Vor Release hieß es, man könnte quasi jede Modern Warfare 1 bis 3 Maps da jetzt umwarten. Und man hätte alles so weit... Wow, wow, eine Arbeit. Aber es ist irgendwie nichts gekommen. Das Hauptproblem am Multiplayer ist ja nun mal einfach, dass die Leute gerne mehr Abwechslung hätten. Mehr gute Maps. Vakant, hier wird gehasst, weil es sehr verkämmt ist. Ich finde Vakant eigentlich sehr schön, aber in dem Fall ist es halt ein Musterbeispiel dafür, dass ich eine MP-Klasse spielen sollte. Der Multiplayer macht ja eigentlich Spaß. Mir macht das Spaß. Zumindest mit Freunden. So solo ist es immer... Ja, so lala. Muss man einfach so sagen, wie es ist. Wenn man mit Freunden spielt, ist der Multiplayer okay. Auch mit all seinen behinderten, verkämpften Ecken hier und seinem Quatsch, den sie machen. Das letzte war wasted. Wir haben Heli-Schützen. Okay, mein Team ist wenigstens ganz unfähig. Hab jetzt dank Warson natürlich auch wenig Multiplayer gespielt, aber vor Warson hab ich immer noch Spaß am Multiplayer gehabt. Okay, die aufgelehnten Kills für die Waffe haben wir auch wieder. Yo, wir haben unser erstes Shriek und die Moni ist leer. Sehr schön. Vakant ist aber auch eine gute Map eigentlich im Vergleich zu vielem anderen, was bis hier so rauskam. Guckt euch das an. Eins. Zwei. Der dritte. Was ist... Was hab ich hier schon wieder für ein Team, Alter? Guck mal in den Bison her. Danke. Guck mal, wie toll, wenn man nicht gesprengt werden. Ja, wie toll ist da. Boah, das ist das erste Mal, wo ich wieder Herrschaftsspiele seit über einer Woche auf einer anderen Map außer eben unserer neue Map. Boah. Boah. Jetzt warten, bis wir durchgeheilt sind und... Da ist noch, oh, noch Luft. Ich brauche noch zwei Kills. Oh Gott, noch ein Kill. Nein! Oh, eins davor. Jetzt kommen aber die Leute alle und wünschen sich, dass Modern Warfare 2 Remastered, was ja die Woche auf Playstation erschienen ist, eben auch den Multiplayer zurückbringt. Weil das ja viel, viel cooler wäre. Und da muss ich sagen, da bin ich ganz anderer Meinung. Ich glaube, der Multiplayer würde heute einfach nicht mehr funktionieren, den wir uns wünschen. Modern Warfare 2 war in all seiner Pracht schon ein gutes und ein wegweisendes Spiel. Aber es war auch irgendwie der Beginn des Untergangs. Und ich werde oft belächelt, wenn ich das sage. Oder man sagt mir, ja, du laberst scheiße. Aber man muss es nüchtern betrachten, ohne eben diese Nostalgiebrille anzuziehen. Und zu sagen, ja, du hast ja keine Ahnung, das war so geil, das war das beste Spiel. Denn Modern Warfare 2 hat viele, okay, viele, viele Fehler gehabt, die wirklich nervig waren. Die uns heute richtig abfacken würde. Ich weiß, wie die Community heutzutage auf den kleinsten Scheiß reagiert. Dass die Leute eben nur an Ecken sitzen. Das haben sie in Modern Warfare 2 nämlich auch gemacht. Ach, come on, natürlich. Das kommt ja davon, wenn man Solo spielt. Da muss man halt, das muss man abkönnen. Guckt euch dieses skillige Killcam an. War halt clever. Trotzdem habe ich mit einem 3616 eigentlich noch gut dagegen gehalten. Das waren ein Drei-Mann-Clan und ein Zwei-Mann-Duo. Und auch das hier ist eine sehr schöne Map. Es ist Crash. Und ich erinnere mich daran, wie gerade zum Beispiel Haptic das Ding so einen Verruf gebracht hat. Obwohl an der Map wirklich nicht wirklich viel anders ist als damals. Der Hof hier ist neu. Das ist die Super-Safe-Sone des Todes of Doom. Und eben der eine Headgear da unten, wo ich jetzt mal schnell hinrennen werde. Und der wurde schon angepasst. Der ist jetzt höher, damit auch Konsolenspieler die Leute aus dem Headgear rausbekommen. Und das war's. Mehr ist es nicht. Ja. Wo kommst du jetzt her? Ich hab doch geguckt. Ach komm. Oh mein Gott, was. Mein Team haben es drei Leute noch geschafft, immer noch keinen Kill zu machen. Ja, komm her. Dankeschön. Aber die Map macht Spaß. Und wenn ich jetzt mich ein bisschen auf das Konsolenspiel hier einstelle, dann geht das auch klar gleich. Die Waffe ist ultra langsam. Das ist die neue Waffe aus dem MB2-Pack. Danke. Wir haben einen Clusterschlag ready. Wir haben B immer noch nicht eingenommen. Das sagt eigentlich schon alles über die Lobby aus. Aua. Die sitzen aber auch alle in der Ecke. Er steht auch hier und hat hier die Mission seines Lebens. Er bewacht die Fahne. Du weißt schon, dass du die Fahne auch einnehmen kannst. Oh ja, kann ich. Cool. Hier geht einer rein. Natürlich geht einer rein. Er kriegt gar nichts mit. Aber wenn doch alle so spielen, dann wollen es die Leute doch auch. Wenn alle so spielen, dann wollen die Leute auch so spielen. Warum wird es denn beschwert? Das spielen doch alle so. Jetzt habe ich auch eine MP, mein junger Freund. Wo ich den nächsten auch noch? Danke. Oh lol. Er war jetzt ein bisschen unfähig. So wie ich. Ich wollte gerade wie ein Warzone mit einem Fallschirm runterspringen. Aber das geht ja nicht. So. Ja. Da wusste ich. Ich wollte ja damals schon, weil ich mich so aufgeregt habe über diesen ganzen Hate. Schon ein Hate-Video machen. Aber ich kann ja nicht, Konsolenspieler, verstehen, dass ihr das nicht so feiert. Weil die Lobbys sich wirklich anfühlen. Guck mal, ich sehe ja, was meine Mates hier machen. Das sind ja nicht mal nur die Gegner. Das sind ja auch die Mates, die sich hier einfach nicht bewegen. Und. Ja. Dann macht das auch keinen Spaß. Sniper auf dem Rücken und gammelt dann mit der MP. Das sind mir die liebsten Freunde. Er liegt vor der Fahne. Alter, ich bin der einzige Mongo, der sich jetzt hier auf B stürzt, oder was? Komm. Ich verliere das Game wieder, weil die keinen Bock haben. Die sitzen lieber zu dritt hier in dem scheiß Restaurant. Oh, ich sterbe da jetzt so oft rein, bis das Ding hier ist. Oh Gott, war das Kartoffel-Aim. Ja, die laufen alle an. Ach komm, hier läuft alle an der Fahne vorbei. Die Gegner sind so schlecht eigentlich. Warum mit dem Kill? Er wollte es schon wieder probieren. Nein, es ist jetzt sonderlich schwer, hier Kills zu machen. Aber es ist schwer, das Ganze zu halten, weil keiner wirklich hilft. Weil jeder gammelt. Wenn das eigene Team gammelt, dann wird gegammelt. Das hat halt mit Skill-Based Matchmaking zu tun. Ja, das verstehe ich. Und das ist auch ein berechtigter Kritikspunkt. Aber warum muss ich mal die Leute bekommen, die keinen Bock haben, sich zu bewegen? Der sitzt auch die ganze Runde da oben und kriegt doch keinen Kill hin. Was ist mit dieser Lobby los? Howard, DDC, geh jetzt. Da ist die Fahne. Da, das Ding ist die Fahne. Ja, geh bitte hin. Da, hier in der Mitte. Da, hier. Hallo. Ja, wir hätten das Game locker gewinnen müssen. Aber die Leute hatten keinen Bock drauf. Tja, ich hab's ja gesagt. Ohne Team macht's einfach keinen Spaß.